Kapitel 24.12, noch einmal Abimelech Richter 9 handelt nicht nur von Gal und Jotham, sondern auch von Abimelech. Auch dessen Rolle können wir jetzt sehr viel besser verstehen. Denn Richter 9 ist eine programmatische Vorschau der 70. Jahrwoche und der Aktionen des Antichristen, hier symbolisiert durch Abimelech. In Richter 9 steht, Abimelech aber, der Sohn Jerubbaals, Abimelech ist hier ein Bild für den Antichrist, ging hingehen Sichem, das ist ein Bild für Ephraim, zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des Vaterhauses seiner Mutter und sprach, redet doch vor den Ohren aller Männer zu Sichem. Was ist euch besser, dass 70 Männer, alle Kinder Jerubbaals, das sind die beiden Zeugen in Jerusalem, über euch Herren sein oder dass ein Mann über euch Herr sei, nämlich er als Typus des Antichristen? Gedenkt auch dabei, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter von ihm, alle diese Worte vor den Ohren der Männer zu sichern. Und ihr Herz neigte sich Abimelech nach, denn sie gedachten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Silberlinge aus dem Haus Baalberitz. Und Abimelech stinkte damit lose, leichtfertige Männer, die ihm nachfolgten. Und er kam in seines Vaters Haus gen Ofra, das Jerusalem der beiden Zeugen, und er würgte seine Brüder, die Kinder Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein, nämlich auf dem Berg Zion. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, denn er war versteckt. Das ist der Überrest, der in die Wüste flieht, siehe Offenbarung 12. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und das ganze Haus Melo, gingen hin und machten Abimelech zum König, bei der hohen Eiche, die zu Sichem steht. Das heißt, sie unterwerfen sich dem Antichristen. Weiter in Vers 22. Als nun Abimelech, der Antichrist, drei Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Willen zwischen Abimelech und den Männern zu Sichem, dem Typus des gottlosen Jerusalem, und die Männer zu Sichem wurden Abimelech untreu, auf das der Frevel an den 70 Söhnen Jerubbaals begangen, nämlich an den beiden Zeugen, und ihr Blut käme auf Abimelech ihren Bruder, der sie erwürgt hatte, und auf die Männer zu Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder erwürgte. Und die Männer zu Sichem stellten einen Hinterhalt auf den Spitzen der Berge und beraubten alle, die auf der Straße zu ihnen wandelten. Und es ward Abimelech angesagt. Es kam aber Gal, der Ägypter, der Sohn Ebets und seine Brüder, und zogen zu Sichem ein. Und die Männer zu Sichem verließen sich auf ihn und zogen heraus aufs Feld und lasen ab ihre Weinberge und kälterten und machten einen Tanz und gingen ihm ihres Gottes Haus und aßen und tranken und fluchten dem Abimelech. Und Gal, der Sohn Ebets, sprach, Wer ist Abimelech und was ist Sichem, dass wir ihm sollten dienen? Ist er nicht Jerubbaals Sohn und hat Sebul, seinen Knecht, hergesetzt? Sebul ist ja ein Bild auf den falschen Propheten, der in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche in Jerusalem herrscht. Dienet den Leuten Hemors, des Vaters Sichems, Dienet also den Ägyptern. Warum sollten wir jenen dienen? Wollte Gott, das Volk wäre unter meiner Hand, dass ich Abimelech vertriebe. Und es ward Abimelech gesagt, Mehre dein Heer und zieh aus. Denn Sebul, der Oberste der Stadt, der falsche Prophet, da er die Worte Gals des Sohnes Ebets hörte, ergrimmte er in seinem Zorn und sandte Botschaft zu Abimelech heimlich und diesem Sagen, Siehe, Gal, der Sohn Ebets, und seine Brüder sind gen Sichem gekommen und machen dir die Stadt auffrührerisch. So mache dich nun auf bei der Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist, und mache einen Hinterhalt auf sie im Felde. Und des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, so mache dich früh auf und überfalle die Stadt. Und wo er und das Volk, das bei ihm ist, zu dir hinauszieht, so tue mit ihm, wie es deine Hand findet. Das bedeutet, der Antichrist zieht jetzt gegen Jerusalem, um Jerusalem zurückzuerobern. Abimelech stand auf bei der Nacht und alles Volk, das bei ihm war, und hielt auf Sichem mit vier Haufen. Der Antichrist will also Jerusalem zurückerobern. Und Gal, der Sohn Ebets, zog heraus und trat vor die Tür an der Stadt Thor. Aber Abimelech machte sich auf aus dem Hinterhalt, samt dem Volk, das mit ihm war. Da nun Gal das Volk sah, sprach er zu Sebul, Siehe, da kommt ein Volk von der Höhe des Gebirges hernieder. Sebul aber sprach zu ihm, Du siehst die Schatten der Berge für Leute an. Gal redete noch mehr und sprach, Siehe, ein Volk kommt hernieder aus der Mitte des Landes und ein Haufe kommt auf dem Wege zur Zauberreiche. Da sprach Sebul zu ihm, Wo ist nun hier dein Maul, das da sagte, Wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Volk, das du verachtet hast? Zieh nun aus und streite mit ihm. Gal zog aus vor den Männern zu Sichem her und stritt mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihn, dass er floh vor ihm. Das bedeutet, der Antichrist vertreibt in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche den Ägypter aus Jerusalem und fielen viel Erschlagene bis an die Tür des Tors. Und Abimelech blieb zu Aruma. Sebul, der falsche Prophet, aber verjagte den Gal, den Ägypter und seine Brüder, dass sie zu Sichem nicht dürften bleiben. Am Morgen aber ging das Volk heraus aufs Feld. Da das Abimelech ward angesagt, nahm er das Kriegsvolk und teilte es in drei Haufen und machte einen Hinterhalt auf sie im Felde. Als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt ging, erhob er sich über sie und schlug sie. Abimelech aber und die Haufen, die bei ihm waren, überfielen sie und traten an die Tür des Stadttors. Und zwei der Haufen überfielen alle, die auf dem Felde waren und schlugen sie. Da stritt Abimelech wieder die Stadt, wieder das gottlose Jerusalem, den selben ganzen Tag und gewann sie und erwürgte das Volk, das darin war und zerbrach die Stadt und säte Salz darauf. Das bedeutet, der Antichrist zerstört jetzt das endzeitliche, gottlose Jerusalem vollständig. Das ist nach den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Da das hörten alle Männer des Turms zu Sichem, gingen sie in die Festung des Hauses des Gottes Berit. Da das Abimelech hörte, dass sich alle Männer des Turms zu Sichem versammelt hatten, ging er auf den Berg Salmon mit allem seinem Volk, das bei ihm war und nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast von den Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu allem Volk, das mit ihm war, Was ihr gesehen habt, was ich tue, das tut auch ihr, eilend wie ich. Da hieb alles Volk ein jeglicher einen Ast ab und folgten Abimelech nach und legten sie an die Festung und steckten es an mit Feuer, dass auch alle Männer des Turms zu Sichem starben, bei tausend Mann und Weib. Abimelech aber zog in Tebets. Auch Tebets ist ein Bild auf Jerusalem. Hier handelt es sich aber um den letzten großen Angriff auf Jerusalem ab dem Tag 1330, der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Da diese beiden Angriffe des Antichristen auf Jerusalem zwei unterschiedliche Ereignisse sind, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden, umschreibt die Bibel dies im alttestamentlichen Bild in Form von zwei unterschiedlichen Städten. Abimelech aber zog in Tebets und belagerte es und gewann es. Es war aber ein starker Turm mitten in der Stadt. Auf den flohen alle Männer und Weiber und alle Bürger der Stadt. Das ist die Bußversammlung am Tag 1330 und schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turms. Da kam Abimelech am Tag 1335 zum Turm und stritt da wieder und nahte sich zur Tür des Turms, dass er ihn mit Feuer verbrennte. Aber ein Weib – das ist ein Bild für die Leibesgemeinde Jesu Christi, die mit Christus vom Himmel herabkommt und gegen den Antichristen kämpft – warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerbrach ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilend dem Diener, der seine Waffen trug, und sprach zu ihm, zieh dein Schwert aus und töte mich, dass man nicht von mir sage, ein Weib hat ihn erwürgt. Dadurch stach ihn sein Diener und er starb. Da aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging ein jeglicher an seinen Ort. Also bezahlte Gott Abimelech das Übel, das er an seinem Vater getan hatte, da er seine 70 Brüder erwürgte. Desgleichen alles Übel der Männer Sichems vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf und es kam über sie der Fluch Jothams des Sohnes Serubals. Diese Passage ist nun tatsächlich viel besser zu verstehen und offenbart in erstaunlicher Klarheit endzeitlicher Abläufe der 70. Jahrwoche, die wir so oder so ähnlich auch in Daniel und in der Offenbarung finden. Alles ist tief im Alten Testament bereits vorhergesagt, wenn auch in Bildern, die der Auslegung bedürfen. Richter 9 enthält Aussagen zum Antichristen, zum falschen Propheten, zur Rolle des endzeitlichen Ägyptens, zum Überrest, der in die Wüste flieht und sogar zum Tag des Zorns, wenn die Gemeinde Jesu mit ihm vom Himmel herab gegen den Antichristen kämpft und ihn bei der Belagerung Jerusalems besiegt. Das ist gigantisch. Kapitel 24.13 Jothams Bildrede Einen Teil von Richter 9, nämlich Jothams Bildrede, haben wir übersprungen. Schauen Sie uns jetzt aber noch an, denn auch Sie können wir jetzt deuten und viele weitere Details verstehen. In Richter 9, Vers 5-21 steht, Und er, Abimelech, kam in seines Vaters Haus gen Ofra nach Jerusalem und erwürgte seine Brüder, eigentlich seine Stiefbrüder, die beiden Zeugen, die Kinder Jerubals, 70 Mann auf einem Stein, auf dem Berg Zion. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubals, denn er war versteckt. Er ist ein Bild auf den Überrest, der nach Jesu Gebot aus dem jüdischen Land in die Wüste fliehen wird. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und das ganze Haus Milo gingen hin und machten Abimelech, den Antichristen, zum König bei der Hohen Eiche, die zu Sichem steht. Da das angesagt war dem Jotham, ging er hin und trat auf die Höhe des Gebirges Garizim und hob auf seine Stimme, rief und sprach, Hört nicht, ihr Männer zu Sichem, dass euch Gott auch höre. Die Männer zu Sichem sind hier ein Bild auf das endzeitliche Jerusalem. Die Bäume gingen hin, dass sie einen König über sich salbten und sprachen zum Ölbaum, ein Bild für Judah und Jerusalem, sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die beide, Götter und Menschen, an mir preisen und hingehen, dass ich schwebe über den Bäumen? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, ebenfalls ein Bild für Judah und Jerusalem, komm du und sei unser König. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, dass ich über den Bäumen schwebe? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, ein weiteres Bild für Judah und Jerusalem, komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht und hingehen, dass ich über den Bäumen schwebe? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, das ist ein Bild für den Antichristen, komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, ist zwar, dass ihr mich zum König salbt über euch, so kommt und vertraut euch unter meinen Schatten. Ein Dornbusch hat keinen Schatten, denn er hat keine Blätter, er lügt also. Wo nicht, so gehe Feuer aus dem Dornbusch und verzehre die Zedern Liebe an uns. Das heißt, der Antichrist wird alle und alles zerstören und verwüsten. Habt ihr nun recht und redlich getan, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt und habt ihr wohlgetan an Jerubal und an seinem Hause und habt ihm getan, wie er um euch verdient hat? Denn mein Vater hat gestritten um euretwillen und seine Seele dahingeworfen von sich, dass er euch errette von der Midianiter Hand. Und ihr lehnet euch heute auf wieder meines Vaters Haus und erwürget seine Kinder? Nämlich Gottes Kinder in Jerusalem, die beiden Zeugen. Siebt sich Mann auf einem Stein und macht euch Abimelech, seiner Magdsohn. Also ein Ungeachteter wird zum König erhoben. Siehe Daniel 11, Vers 21, sie gehen einen Bund mit dem Antichristen ein, zum König über die Männer zu sichern, weil er euer Bruder ist. Und habt ihr nun recht und redlich gehandelt an Jerubal und an seinem Hause an diesem Tage, so seid fröhlich über Abimelech und er sei fröhlich über euch. Wo nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Männer zu Sichem und das Haus Milo und gehe auch Feuer aus von den Männern zu Sichem und vom Haus Milo und verzehre Abimelech. Beides wird in der Endzeit geschehen. Jerusalem wird vom Antichristen zerstört, aber Jerusalem wird mit Gottes Hilfe schließlich auch den Antichristen zerstören. Und Jotham floh vor seinem Bruder Abimelech und entwich und ging gegen Beher und wohnte da selbst. Kapitel 24.14 Schlussbemerkungen Die hier getroffenen Aussagen über die Siegelgerichte sind nicht leicht zu verstehen. Sie sind nach langer Beschäftigung mit dem Thema entstanden und entsprechen der festen Überzeugung des Autors. Dennoch muss abschließend gesagt werden, dass alle unsere Erkenntnis nur Stückwerk bleibt, bis wir eines Tages bei unserem Herrn Jesus Christus sind und dann in Gänze erkennen werden, gleich wie wir jetzt schon von ihm erkannt sind. Christus allein ist der zentrale Mittelpunkt unserer Botschaft und muss es auch bei aller Beschäftigung mit endzeitlichen Fragen bleiben. Wir haben uns nun sehr tief mit der Bedeutung der Siegel auseinandergesetzt. Aber dabei soll nicht aus den Augen verloren werden, dass sie lediglich dazu da sind, ein Buch zu öffnen, das in- und auswendig beschrieben war und das das Lamm Gottes in der Hand hält. Es dreht sich in erster Linie also nicht um die Siegel, sondern vielmehr um das Öffnen und Verlesen des Buches. Aber was steht in diesem Buch? Ist es vielleicht das Buch des Lebens? Das Buch, in dem die Namen aller an Jesus Christus Gläubigen aufgeschrieben sind? Gehen wir einmal davon aus, dass es das Buch des Lebens ist, was nicht abwegig ist, denn zur Öffnung musste jemand gefunden werden, der würdig dazu war. Und es wurde niemand anderes gefunden als das Lamm Gottes. Gehen wir weiter davon aus, dass Johannes deshalb darüber weint, dass niemand gefunden wird, das Buch zu öffnen, weil sonst die, die zur Gemeinde Jesu gehören, nicht offenbart, ihre Namen nicht verlesen werden könnten. Ihre Namen sind im Buch des Lebens verborgen, das mit sieben Siegeln verschlossen ist und das niemand öffnen kann. Stellen wir uns weiterhin vor, dass die Siegel mehr oder weniger nichts anderes sind als die Beschreibung der Weltgeschichte aus der Perspektive Gottes. Die vier Reiter auf den verschiedenfarbigen Pferden symbolisieren nichts anderes als die wahren, tieferen Ausprägungen der Weltgeschichte, Krieg, Hunger und Tod. Christus wird diese Welt richten. Mitten in diesem ungestümen Weltwesen befinden sich die Märtyrer Gottes, die um das Wort des Gottes Willen umgebracht wurden. Und schließlich kommt der Tag des Gerichts, der Tag des Zornes des Lammes bricht an. Wenn die Siegel also nichts mehr und nichts weniger als die Beschreibung der Ausprägungen der Weltgeschichte zum Inhalt haben, dann kann man zu folgender Schlussfolgerung gelangen. Gott hat die Welt nur deshalb geschaffen, damit die Namen derer offenbart würden, die im Buch des Lebens geschrieben sind. Oder im Bild ausgedrückt, erst müssen die sieben Siegel geöffnet werden, damit die Namen derer offenbart werden, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Sprich, die Weltgeschichte muss zuvor ablaufen, bis schließlich die Namen der Heiligen offenbart werden. Dieser Gedanke ist nicht leicht nachzuvollziehen, öffnet aber den Blickwinkel für den wahren Stellenwert der Welt und ihrer Werte. All ihr Gepränge und ihre schiere Existenz an sich dient lediglich als Beiwerk für die Offenbarwerdung der Gemeinde Jesu. Die Welt ist nur Kulisse hierfür. Nicht, dass sie nicht wirklich existent wäre, aber sie ist nur Mittel zum Zweck und nicht mehr. Es ist, als ob Christus die Welt nur zu einem Zweck geschaffen hat, nämlich die Gemeinde darin offenbar zu machen. Im Bild die Siegel werden geöffnet, nur um das Buch lesen zu können. Es geht also nicht in erster Linie um die Siegel, sondern um die Öffnung des Buches. Wie schnell man doch das Wesentliche aus den Augen verlieren kann.